Oh, ihr seid zurück. Ich hab Larry immer noch nicht aus dem Spülbecken rausholen können. Ich will hier raus, Bob. Aber zuerst müssen wir darüber sprechen, was wir heute gelernt haben. Und solltest du vom Thema heute betroffen sein, sieh mal in die Bibel rein, ins Bibelbuch. Larry, du weißt genau, wie ich dieses Lied finde. Ich weiß, dass Gottes Wort dazu was sagen kann und nach dem Song weiß ich dann, wo ich nach... Hey, das ist eiskalt! Wie gesagt, Kinder, jetzt sprechen wir darüber, was wir heute gelernt haben. Stimmt's, Larry? Ich bin nass. Gut. Also, Rackshack und Bendy haben gelernt, dass es ziemlich schwierig ist, für das, woran...